Musik Man erreicht die Kinder über den Körper, man gibt ihr ein Skateboard und die Neugierde bringt sie darauf, sich auf dieses instabile Ding zu stellen, finden ihr Gleichgewicht, finden ihr Gleichgewicht im Leben und dann guckt der Surf. Musik Wir machen Kinder stark. Mit Veranstaltungen wie dieser hier wollen wir bei so vielen Menschen wie möglich auch das Herz zum Brennen bringen und für die gute Sache begeistern. Mit den Spenden setzen wir Kinder- und Jugendprojekte vor Ort um und weltweit sind wir aktiv und führen auch Projekte fort, die dort schon angefangen sind. Die Uridee von Titus, Kindern einfach ein Skateboard in die Hand zu geben und zu schauen, was passiert, ist so einfach wie genial. Durch diese selbstbestimmte Sportart ist es möglich, bei den Kids das Selbstvertrauen zu fördern, Eigenverantwortung zu vermitteln, Zielstrebigkeiten. Der Skate-Ad hat eine tolle Show geboten, die Darsteller haben eine tolle Show geboten. Kommt gerne wieder und unterstützt uns. Skate-Ad ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Hut die Kinder von der Straße, kauft ihnen ein Skateboard und los geht's. Tolle Sache. Deshalb promoten wir sowas, dass viele das machen und dass es eine gute Sache ist für jeden. Und es ist so geil gelaufen. Den Leuten hat's gefallen. Das ist sowieso das Allerwichtigste. Und deswegen wird's weitergehen, weil die, die heute hier waren, die werden unser Sprachrohr sein, dass das nächste Mal noch mehr Menschen hier sein werden. Es war geil. Und das war geil. Das war geil. Das war geil.